Samsung Galaxy A71 oder Galaxy S7 Edge, das fragen sich viele von euch. In diesem Video treten beide Produkte gegeneinander an. Ich vergleiche die Unterschiede der Merkmale von beiden Handys in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr einen Sieger. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken. Design Bei der Kategorie Design ist das Galaxy S7 Edge mit 83 zu 49 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. Ist staub- und wasserdicht, Spritzwasserfestigkeit, 22 Gramm leichter, 3,4 Millimeter schmaler, 13,7 Millimeter kürzer und 12,4 Prozent geringeres Volumen. Bildschirm Beim Punktbildschirm gewinnt das Galaxy S7 Edge deutlich mit 72 zu 66 Punkten. Es sticht hierdurch folgende Vorteile heraus. 36 Prozent höhere Pixeldichte, 42 Prozent höhere Auflösung und zwei neuere Versionen von Gorilla Glass. Das Galaxy A71 kann auch punkten und hat folgenden Vorteil. 22 Prozent größere Bildschirmgröße. Leistung In der Kategorie Leistung gewinnt das Galaxy A71 eindeutig mit 84 zu 72 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. Zweifach schnellerer Prozessortakt, 4 GB mehr Arbeitsspeicher, 64 GB mehr interner Speicher, 6 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 126 Megahertz schnellere GPU-Taktfrequenz, 4 mehr CPU Threads und 744 GB mehr externer Speicher unterstützt. Kameras Im Bereich Kameras gewinnt das Galaxy S7 Edge deutlich mit 73 zu 66 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. Verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, 5,6 Prozent größere Blende bei minimaler Brennweite, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen, hat einen CMOS-Sensor, es speichert Fotos auch im Rohdatenformat, eine Blitz-LED mehr und 5 Punkte bessere DXOMark Mobile-Wertung. Das Galaxy A71 kann auch punkten und hat folgende Vorteile. 7,2-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 6,4-fach mehr Megapixel der Frontkamera, es hat eine Doppelobjektivkamera und es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung. Audio In der Kategorie Audio ist das Galaxy A71 mit 62 zu 37 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgendem Merkmal besser. Hat ein Radio. Akku Bei der Kategorie Akku ist das Galaxy S7 Edge mit 73 zu 65 Punkten deutlich vorne. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen. Kann kabellos aufgeladen werden. Das Galaxy A71 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil. 25 Prozent mehr Akkuleistung. Eigenschaften In der Kategorie Eigenschaften ist das Galaxy A71 mit 83 zu 82 Punkten haarscharf vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 1,8-fach schnellere Downloads, 0,8 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, unterstützt zwei SIM-Karten, dreifach schnellere Uploads, hat Typ C-USB-Anschluss, 51 mehr Sprachen unterstützt und unterstützt sofortige Markierung. Das Galaxy S7 Edge hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. Ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert, hat eine Pulsuhr und hat ein Barometer. Ergebnis In der Gesamtwertung liegt das Samsung Galaxy A71 mit 70 Haarscharf vor dem Samsung Galaxy S7 Edge mit 69 Punkten. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Geräte unten verlinkt. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produkteigenschaften gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne für welches Smartphone ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.